ich grüße euch zu diesem kleinen astrologischen video ich habe den jahreswechsel zum anlass genommen und mir mal das radix für das jahr 2013 angeschaut wie komme ich zu einem radix für das jahr 2013 ich habe mir überlegt wenn es für alles ein radix gibt für alle menschen für alle tiere für ereignisse für börsenkurse für alles was man herstellt wäre es denn nicht auch vielleicht möglich dass es ein radix für ein kalenderjahr gibt denn wenn wir uns überlegen dass ein kalenderjahr ein im geiste erschaffener zeitraum zwischen zwei momenten ist dann müsste es doch dafür auch ein radix geben welches das grundpotenzial die grundenergie des jahres anzeigt also quasi das woraus man etwas machen kann und deswegen habe ich mir einfach mal den ersten ersten 2013 herausgepickt null uhr und als ortschaft in diesem fall meinen wohnort halberg moos bei münchen genommen spielt aber für den rest von deutschland jetzt nicht so die große rolle denn innerhalb deutschlands weichen die horoskope von den orten nicht so extrem ab das sind wenn überhaupt zwei drei grad ist also nicht so entscheidend ohnehin sind in diesem radix die achsen nicht wirklich entscheidend also sprich diese striche hier für alle die in der astrologie nicht bewandert sind das rauschen im hintergrund hier das ist mein sohn der sitzt hier auf meinem schoß und raschelt denn diese achsen die werden definiert durch die geburts urzeit und durch den ort die kombination die urzeit der urzeit und des ortes macht quasi die achsen und das würde jetzt keinen großen unterschied machen egal welchen ort von deutschland man benutzt so nun ist es eben beim ich habe es überprüft beim radix für ein jahr so dass wir jedes jahr diese kombination haben waage wieder und steinbock krebs also der aszendent ist immer waage der deszendent immer wieder der ic immer steinbock und der mc immer krebs habe ich nachgeschaut war jedes jahr das gleiche am ersten ersten um 0 uhr und worauf wir natürlich auch nicht eingehen brauchen dass die tatsache dass die sonne im steinbock steht das ist nur normal am ersten ersten immer so das heißt jedes kalenderjahr ist theoretisch ein steinbock was natürlich darauf schließen könnte dass der gregorianische kalender als solcher eine sehr starre stabile angelegenheit ist also sprich jedes jahr hat den gleichen ablauf der gregorianische kalender funktioniert immer ohne abweichungen ist also stabil unbeweglich somit auch etwas unlebendig im vergleich zu anderen kalendern sei es der maya kalender der mond kalender keltische kalender die sind ja alle viel beweglicher ja und diese unbeweglichkeit und diese stabilität das in steinbock eigenschaft unter anderem so was in diesem radix jetzt hier für 2013 für mich sehr interessant war ist die tatsache dass wir so viele planetentrauben haben sprich planeten die zusammenstehen das sind hier jetzt nicht alles nur planeten ich habe in diesem radix auch ein paar asteroiden mit hinein genommen weil ich es einfach total spannend finde als astrologe mit asteroiden zu arbeiten weil die das ganze radix noch einmal vertiefen verfeinern und noch auf wesentliche punkte eingehen für die zehn planeten einfach nicht ausreichen interessant finde ich auch die zeichenspiegelung die man ja jetzt in jedem jahr hat spricht das steinbock im norden steht in diesem fall krebs im süden waage im osten wieder im westen denn es ist so waage was hier steht wäre quasi die siebte kraft wieder die erste kraft krebs die vierte kraft und steinbock die zehnte kraft sie stehen also ihrem entsprechenden haus immer gegenüber aber kommen wir mal zum wesentlichen den energien des jahres die wie ich finde gerade durch diese planetentrauben sehr stark ausgedrückt werden wenn wir uns das anschauen die sonne der pluto und die diana finde ich eine sehr kraftvolle energie die sonne ist das ego das ist der lebenskern was unser ich im inneren ausmacht das ist die sonne so und da steht jetzt der pluto drauf und der pluto das ist die macht die transformation das stirb und werde und der asteroid diana das ist dieser bogen hier was ich sehr passend finde denn diana die kriegerische göttin die hat ja auch einen bogen dabei das ist der asteroid der zeigt was beschütze ich im leben nun ist es so wenn der asteroid diana auf der sonne steht das heißt man beschützt sein ego nun ist durch den pluto ohnehin schon ein besonders starkes ego ausgeprägt und wenn da auch noch der besondere schutz drauf liegt dann können wir damit rechnen dass wir es in diesem jahr mit ziemlich starken egos zu tun bekommen oder selbst ein starkes ego haben weiter sehr kraftvoll ist diese konstellation der maß zusammen mit dem eros das ist der eros das herz mit dem pfeil und dem ikarus der eros steht für leidenschaft der maß ist der krieger und der ikarus ist die freiheit daraus könnte man zum beispiel schlussfolgern dass die menschen sehr leidenschaftlich agieren in diesem jahr sehr viel power haben und dass sie sehr für ihre freiheit eintreten sehr daran interessiert sind mehr freiheit zu erlangen denn die freiheit die ist ja wirklich in keinem land wirklich gegeben auch in unseren modernen ländern wenn man ein bisschen die augen aufmacht sieht man freiheit existiert im grunde genommen nur sehr eingeschrieben aber dieser freiheitspunkt der wird auch noch an anderer stelle hier deutlich zum beispiel hier an dem uranus daher auf der deszendenten achse was auch die partner achse ist drauf steht ist in einem normalen geburts horoskop im grunde genommen entscheidungs aspekt man könnte zum einen davon ausgehen dass in diesem jahr viele scheidungen stattfinden aber ich bin ja optimistisch ebenso könnte es bedeuten dass einfach viel mehr freiheit in den partnerschaften gelebt wird denn wenn wir uns überlegen dass die wahre liebe ja freiheit bedeutet und nichts festzuhalten weil liebe einfach ist ohne bedingungen dann wäre es doch im grunde genommen ein sehr sehr schöner gedanke wenn diese freiheit tatsächlich auch in den beziehungen und partnerschaften gelebt werden könnte wenn man einfach den menschen den man liebt ein bisschen mehr raum ein bisschen mehr luft und auch ein bisschen mehr individualität schenkt und dadurch diese ganzen eigenschaften auch selbst erhält so das nächste was wir hier zusammen stehen haben das ist eine sehr spirituelle planetentraube könnte man sagen das ist der neptun der neptun das ist das tiefe meer die spiritualität die gefühle die hellsicht die träume und dabei stehen der asteroid amor der steht dafür sich an andere menschen zu verschenken für das mitgefühl für die sozusagen die altruistische liebe und der kairon und der kairon ist der große heiler das bedeutet dass in diesem jahr spirituelle heilkräfte und der dienst am nächsten ganz besonders wichtig sind und dass uns das viel mehr begegnen wird als in den vergangenen jahren wir haben ja seit dem 21 12 2012 auch neue energien viel stärkere spirituelle energien und die können durch diese konstellation nur begünstigt werden so über den uranus an partnerschaftsachse habe ich schon gesprochen dann haben wir hier eine interessante zusammenstellung das ist der jupiter dann das hier das ist die lilith und der asteroid hier das ist die vesta nur ist es so die lilith die steht für eine starke weibliche frau für die wilde frau für diese urweiblichkeit und die vesta die steht für die priesterin für das herdfeuer aber auch vom astrologischen her für arbeitsenergie und für reinlichkeit passt ja auch sehr zu diesem göttlichen feuer wenn wir uns jetzt überlegen dass die urweibliche kraft auf der kraft der priesterschaft und der göttin steht können wir in diesem jahr einfach sehr viel stärkere weibliche kräfte zu spüren bekommen als es in den vorjahren vielleicht der fall war dass das patriarch hat noch ein bisschen an stärke verliert und die ausgewogenheit ein bisschen stärker zum tragen kommt es soll ja auch nicht in die gegenrichtung fallen wir wollen ja gern eine gleichberechtigung haben zwischen den beiden polen das wäre ja das schönste da muss man immer ein bisschen aufpassen wenn der jupiter dabei steht denn der steht für das universelle wachstum wo jupiter ist da wird alles aufgeblasen alles ganz viel alles ganz groß der ist einfach immer für das plus und natürlich ist es schön wenn die weiblichen urkräfte wieder wachsen aber dass sie nicht über das ziel hinaus schießen dann haben wir hier etwas sehr schönes den mond im elften haus im löwen der mond ist das seelenleben wie drückt sich die seele im jahr 2013 aus und der löwe das ist ein sehr romantisches mond zeichen das bedeutet man ist offen für champagner und kerzen licht für rosen für alles schöne sonnenuntergänge die menschen können sich in diesem jahr mehr darauf konzentrieren das leben zu genießen was meiner meinung nach schon immer der sinn des lebens war es einfach zu genießen und der mond im elften haus ist wieder so ein freiheitsaspekt denn dieser mond sucht tatsächlich die freiheit freiheit ist ja auch unser eigentliches unsere eigentliche kraft das was uns ausmacht als seelische wesen ja dann haben wir noch hier unten eine interessante konstellation das ist hier die venus zusammen mit dem hidalgo das ist dieser pfeil hier und der hidalgo sagt was verteidige ich das bedeutet in diesem jahr wird die liebe die persönliche liebe das was man schön findet was einem wichtig ist besonders verteidigt ja das wäre soweit ein ganz kurzer abriss von diesem radix die sachen die ich interessant fand die schön fand schön ist zum beispiel auch hier die safo auf dem aszendenten das sind diese beiden hier dieser asteroid safo der steht nämlich für die freundlichkeit das bedeutet dass die menschen freundlicher und höflicher miteinander umgehen lernen können so meine lieben so weit von mir zu diesem radix meine gedanken vielleicht mögt ihr einen kommentar hinterlassen wenn ihr dazu noch ideen habt ich wollte einfach nur euch meine gedanken teilhaben lassen und wünsche euch ein wunderschönes jahr 2013